Wir waren den ganzen Abend first pick, ne? Ganz normal ist das nicht. Dachengärten. Was machen wir? Okay. Ja, ich werd ja lieber Abba-Tuch, aber... Abba-Tuch ist ja auch. Was bannen wir, falls das? Das bannen Samuro. Wir sind bei den Bobs. Mu-Ju-Ju! Echt? Wahrscheinlich nicht. Dann würd ich eventuell das hier machen. Wenn der Bock hast können wir's machen. Morki. Ich bin hier um zu helfen. Morki. Morki. Tja. Dann, forget it. Ich glaub ich nehm aber trotzdem mal Butcher. Oder? Oder solche Artes nehmen. Na komm, ich nehm mal ne Runde Butcher. Ich muss jetzt mal ein paar Leute vernichten hier. So. So. Was bannen wir? Was bannen wir? Tykis? Als. Wie? 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 Das ist nur, weil man niemals Lastpick ist. Das hat mir den ganzen Spaß schon wieder. Ja, man darf nicht picken, was man will. Das ist ein Irgendein Arschloch-Murki. Das Ding ist auch, was du nicht vergessen darfst, wenn du Lastpick bist, spielst du fast immer Healer. Weil keiner Healer spielen will. Ja, Malfe, Rainer. Das ist gut. Plus, Gul'dan, sounds good. Peter! Wir haben Doppel-Spec übrigens. Oh, Triple-Spec ist Meter. Triple-Pusher. Wird mir gehören! Ich hab schon die nette Mühle-Einstellung. Ich muss die gerade an... Ich kann das nicht machen, wenn ich lachen muss. Ich muss da an Rücklicht denken. Als du mir gepostet hast. Ich kann das nur nicht nachmachen, wenn ich lachen muss. Und ich schäme mich in der Kamera. Aber hier, Rücklicht befehle ich dir. Stell dir dein Auto ab jetzt hier. Dann musste ich gerade an denken. Hast du mir jetzt gar nicht darauf reagiert? Ja. Ich schicke dir die besten Sachen, die du da siehst. Die Schlacht beginnt in... Zehn Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins... Ähm, wie ging das nochmal? Ich hab's vergessen. Storm... AC? Alter, hier fightet er jetzt bitte nicht dazu. Oh, nette Schlägerei. Ich guck jetzt Solo-Top. Die alten Schreine erwachen. Was ist denn sonst noch? Und setzt den Drachenritter frei. Ja. Aktiviert die Schreine jetzt. Dann gehört die Macht des Drachen euch. So close. Die hat fast tot gewesen. Wo denn? Oben? Oh Gott, ich bin tot. No support. Alter, warum haltet er mich denn nicht? Und warum fokust der Rainer die Jaina nicht? Die mit 1% Leben weggekommen ist. Richtig bad, schon wieder. Kann schon wieder brechen. Was macht ihr hier? Roman. Roman! Warte! Oh, das ist ein bisschen für dir so. Warte! Drei Ton. Alter, die wollen mich doch verarschen hier. Was? Gegen drei, Junge. Gegen drei. Ich bin auch Solo gegen 100 hier. Weil die Leute... Ich hätte eigentlich wissen müssen. Ich hätte eigentlich wissen müssen. ... ... ... ... ... ... ja 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 wie geht's in der Mitte bleiben? wie geht's in der Mitte bleiben? wie geht's in der Mitte bleiben? warte, warte warte Ich kann gerade nichts machen, was das denn abgefahren ist. Komm, 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 Alter. Nichts ist da weggekommen, gar nichts. Sie hat ein HP oder so in Fährewelt. Ja, klar! Mach dir keine Hoffnung, wir werden alle wegkommen. Mach dir keine Hoffnung. Ist die ganze Zeit so. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Hier sind schon wieder zwei, ich muss schon wieder gehen. Dreckiger Dreck. Dreckiger Dreck. Da sind jetzt schon wieder weggekommen. Oh Gott nein. Super ey. Was macht der Reina's afk in der Midlane? Das gibt'n dran. Die sind so unfähig, die Leute, das geht gar nicht klar. Ich kann mit Butcher nicht reingehen, weil ich nie nen Backline habe und irgendwas. Ich bin immer alleine, egal wo ich stehe. Ich bin immer noch nicht reingehend. Ich bin immer noch ein Schwerer. Ich bin immer noch ein Schwerer. Das war's. Ich komm von hinten. Nein, die Bäckleine anschatschen. Gumbel! Hallo, hier, hallo, hier, hallo, hier, alter! Ey. Gut, und weg. Ja! Na endlich, alter! 100 Jahre haben die gebraucht. Da unten ist Jaina. Lasst eure Feinde brennen! Jaina rasiert! Jaina rasiert! Jaina rasiert! Du! Bleibst! Hier! Oh, oh, oh! Wo ist mein Nila? Wo ist mein Nila? Wo ist mein Nila? Ach, wir haben keinen Nila hier. Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Jetzt bist du tot! Ja! Ja, ja! Oh, oh! Oh, oh! Oh! Oh, oh! 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 udelijk habe ich vorher noch ganz knapp die Quest abgeschlossen! Wir sollten uns diese Soldeanlagen vom Poos senken! Ah, unser Kalli hat so einen Bull. Er hat nicht gut geskillt. Er ist mit dem Gesicht auf die Tastatur gefallen, unser Rayner. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Der Butcher-Effekt. Das ist halt das Geile bei Butcher. Wenn du einmal richtig ausrastest, dann kannst du richtig Leute zerlegen. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. They're nice. Oh, no. Oh, no. Ich hab keinen Jump benutzt. Wo ist er? Der Kalli ist nicht da. Die Jaina ist noch angekettet. Der Late-Game-Rayner, der zum Abstauben kommt. Gibt da noch Störbritten? Na klar. Das ist der letzte Bob, der irgendwo rumläuft. Unsere Gegner glauben uns besiegt. Zeigen wir ihnen, wie falsch sie liegen? Die alle tot sind. Bis auf einer. Der Muradin. Der weiß auch nicht, was er in der Zeit machen soll und zockt. Ja, zockt 30. Eieieieiei. Ein Spiel von Niveau. We shouldn't behave like that. Was? Hä? Was war das denn? Keine Ahnung. Haben die den Drachen genommen? Und direkt R gedrückt oder was? Oder was war das? War keine Waffe. Wie im Wackseln. Wie im Wackseln. Wie. Wie im Wackseln. Was ist das? Wie im Wackseln. Wie gefällt dir? Wie war das? Wie er ist die Kerle? Wie war das? Ich bin tot. Ah, ich habe einen mitgenommen. Ich bin tot. Ist das sein Ernst? Ist das sein Ernst? Egal. Ich bin tot. Ich kann nichts tun. Sorry. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Der ist gut rasiert jetzt. Jaja. Sobald ich in der Range komme, charge ich die an. die nicht abgemontet werde num 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 oh Gott, alter Ding this is how we do it hey, Gul'dan macht Toplane, Junge, kannst du das begreifen? wie kann er jetzt afk gehen, wo wir schon finishen könnten, ey? mal ernsthaft komm, komm, hier, Karazin aaaaaah ich hab ihn den hab ich auch brauchen hier oh, die brauchen hier oh jeder raus, oder? boah, ist das ein Game duldan, bestes Build ever aber der hat ja guten Schaden gemacht Rainer, bestes Build automatische Angriffe heilen plus ich will mehr hauptsache ich sterbe nicht, Build schönen Camp-Time hier ey ist er bescheuert? ja ist er komm mal zu dir komm mal zu dir ja, jetzt entschieden ich bin Naja ich habe das ich bin Naja ich habe das gesehen ich bin du denkst du was du du denkst du du denkst du denkst, du denkst Ja, das ist ja so. Ich geh jetzt aufs Kieb, Junge! Das sieht mir aus! Das ist der Reino, ne? Das ist der Reino, ne? Das ist der Reino, ne? Da siehst du schon an dem Bild, was der geskillt hat. Was das für ein Bronze-Abfall-Typ ist! Warum müssten wir mit sowas spielen? Das ist so unfair! Das ist wirklich so unfair! Komm zurück! Den kann man erstmal reporten hier! Mangelhafte Teilnahme! Jetzt geh in die Core! Ja! Noch einen Kill! Wenn die nur einen Kill holen, ist es vorbei! Ja! 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 Vögel, Junge! Ey, und wie die Mops mich nur vom Pferd holen! Ich hasse aus. Bist du tot, Junge? Kleine Butcher-Kampfsau, Junge. Ess sie alle auf. Ein tödlicher Schlag. Ich liebe Butcher. Ist die so derbe auf. Ja, Rainer kommt nicht vor, ne? So richtig wie Handicap spielen. Blutrausch. Dass ich das noch gewonnen habe, ey. Nee, Junge. Das is how we do it. Alter. Butcher ist halt so ein Held. Ähnlich wie Illidan. High Risk, High Reward. Man geht ein großes Risiko mit dem einen. Aber wenn der einmal warm gelaufen ist, dann holt er auch 14 Leute ab. Aber ich bin heute auch voll oft gestorben, wenn so wenig Leute geholfen haben, ey. Was denn? Was denn? Was denn? Ich zieh dir vor allem mal das Bild von dem Rainer rein, der die ganze Zeit nicht beim Team war. Da kenn ich mich natürlich nicht aus, ne? Was denn? Bestes Bild. Was ist denn los mit dem? Guck mal, statt Giant Killers gilt er erhöht die Dauer von Mut machen. Giant Killer braucht man nicht, ne? Was hat der denn? Braucht man nicht. Was? Was denn? Ja, 6 Spiele in seinem Leben gespielt. Wie viel hat der denn, Rainer? Level 7, Junge? Taussichen Ich weiß gar nicht, warum das so ist! Das war's.